Zur Harasche Arzschule in Wien hat mich geführt der Prospekt von Thomas Nellisen, wo drauf gestanden ist, man kann mit den Händen kommunizieren. Ich stehe voll drauf. Für mich ist es wunderschön zu sehen, was sich bewegt und man kann unheimlich viel von den Leuten auch lernen. Ich glaube, eine starke Seite von der Harasche Arzschule ist, dass es keine Theorie ist. Ich denke, das Schiazo muss man mehr erleben als sich beschreiben lassen, um es zu verstehen oder irgendwie zu erfassen. Ich kann sagen, dass Harasche Arzschule eine Methode ist, die sehr, sehr rasch, sehr intensiv und für die Patienten auch als sehr, sehr angenehm, wohltuend empfunden wird. Mich hat der Ischias genervt. Wahnsinnig. Nach der Behandlung, das ist kein Wiss, war ich so gut drauf. Überhaupt keine Schmerzen kommt. Harasche Arzschule gilt eigentlich als eine östliche Form der Heilmassage. Schiazo wirkt auf das Meridian-System. Zur Erklärung, Meridiane sind Leitbahnen, die nicht nur Akupunkturpunkte verbinden, sondern nach östlichem Verständnis fließt hier die Lebensenergie. Schiazo dient zur Verteilung und zur Lösung von Plakaten im Fluss dieser Lebensenergie. Ist noch genug Qi da, haben wir es gemessen, ist noch genug Energie da, wo können wir Energie messen? In die Hände, in die Füße, in die Zunge, gerade gesagt, und natürlich in der Temperaturhaushalt. Bei allen oder bei sehr vielen Krankheitsbeschwerden, Symptomen, gibt es meiner Meinung nach folgende sinnvolle Vorgangsweise. Erstens, was hat das mit mir zu tun? Zweitens, wie kann ich mein System stärken? Und drittens, wie kann ich mir helfen lassen? Und auch hier ist Schiazo von besonderer Bedeutung, und zwar vor allem im zweiten Bereich. Wie kann ich mein System stärken? Da hat Schiazo eine ganz besondere Bedeutung. Und auch im dritten Bereich natürlich, wie kann ich mir helfen lassen? Schiazo mindert auch oder beseitigt auch die Beschwerden. Aber so, dass Gesundheit wiederhergestellt wird und nicht Krankheit zugelegt wird. Es war dann so, dass insgesamt während dieser Zeit 120 Patienten behandelt wurden. Und bei 80 Prozent dieser Patienten hat sich wirklich ein Erfolg eingestellt. Bei fast der Hälfte der Patienten ein ganz überzeugender Erfolg von ganz vorher, also nicht für möglich gehaltenen Verbesserungen. Und damals war ich also mit meinem Vater bei diesem Orthopäden, der hat sich das Hüftbild angeschaut und hat gesagt, ja, das ist unglaublich, die Hüften schauen sich so ähnlich, ja, das ist einfach eine eindeutige genetische Linie. Na ja, man erkennt eindeutig idiopathische Coxarthrose, muskuläre Dysfunktionen und, na ja, Herr Heck, Sie werden sehr wahrscheinlich in 20 Jahren, also das ist jetzt mit 40, eigentlich jetzt, Sie werden also mit 40 eine neue Hüfte wahrscheinlich bekommen. Rechnen Sie mal damit. Wenn Sie eine künstliche Hüfte brauchen, dann wird es sinnvoll sein, ins AKH zu gehen. Wenn Sie die künstliche Hüfte verhindern wollen, dann sind Sie bei Schiazo um ein Vielfaches besser aufgehoben. Das ist eine echte Komplementärmedizin in dem Sinn. Überall dort, wo wir gut sind, brauchen wir meistens Schiazo nicht. Und überall dort, wo wir nicht so erfolgreich sind, dort ist der Schiazo in vielen Fällen die wesentlich bessere, schonendere, heilendere und auch billigere und humanere Methode. Die Erfolge waren enorm, weil ich auch seitdem keine Beschwerden mehr habe. Also ein Orthopäde, der jetzt meine Hüfte anschauen würde von der Beweglichkeit her, würde sagen, was soll da sein? Der neue zusätzliche Weg, den uns Schiazo eröffnet, ist ein primärer Zugang über den Körper. Das ist sozusagen ein neues Paradigma. Ich denke, ein Grund, warum Psychosomatik und unsere Arbeit mit Schiazo so gut zusammengehen, ist, weil beides sehr ganzheitliche Zugänge sind. Kinder nehmen Haraschiatsu sehr gerne an. Auch die Plätze sind immer ausgebucht. Kinder wollen Haraschiatsu bekommen. Auch von den Ärzten bekommen wir das Feedback, dass sie merken, dass die Kinder offener werden und auch wieder selbstbewusster und körperorientierter. Wenn dir das gelingt, beim Kind das Wesen zu berühren, dann hast du es gewonnen. In der Geriatrie ist es so, dass das oft überhaupt nicht passiert, was wir uns vornehmen. Aber ganz andere Dinge passieren. Plötzlich der Schlaf verbessert, die Vertaubung verbessert. Oder einmal beginnt der Mensch, in der Werkgruppe mitzumachen, wieder Kontakt zu den Mietpensionären aufzunehmen. Und man hört dann immer wieder, wie die Pensionäre sprechen miteinander und sagen, das musst du ausprobieren. Weißt du, wie das gut ist? Wenn ich so die Pensionäre anschaue, ist die Lebenserwartung enorm gestiegen. Und ich kann nur sagen, ich kann mir ohne Schiazo das gar nicht mehr vorstellen. Ich kann nur sagen, 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020